Mit der Entdeckung der neuen Welt Amerika entstanden im Europa der Renaissance bemerkenswerte Utopien, die sowohl die Sehnsucht nach einer besseren Welt als auch Kritik an den Umständen der eigenen Zeit ausdrückten. Der Begriff Utopie, zu deutsch etwa nirgendwo Land, geht zurück auf den Roman Utopia von Thomas Morus, der in England höchste staatliche Ämter bekleidete und dennoch von Heinrich VIII. hingerichtet wurde. Seit Utopia begleiten vielfältige Utopien und Dystopien die Philosophie, man denke zum Beispiel an Nova Atlantis von Francis Bacon. Einen weiteren utopischen Entwurf stellt der Sonnenstaat des italienischen Dominikanermönchs Thomas Campanella dar, der sich entschieden gegen Machiavellis Realismus richtete. Giovanni Domenico Campanella trat mit 15 Jahren gegen den Willen seines Vaters in ein Dominikanerkloster ein und nannte sich fortan Thomas. Seine Lehren und Aktivitäten brachten ihn des öfteren in Konflikt mit der Inquisition. Weder 27 Jahre Haft noch Folter konnten seinen Willen brechen, was er als Argument für die Überlegenheit des freien Willens gegenüber der Astrologie anführte. 1632 floh er nach Frankreich, wo er 1639 starb. Sein 1623 erschienenes Buch Sonnenstaat zeigt eine an Platons Idealstaat angelehnte utopische Vorstellung von Ordnung und Gerechtigkeit. Campanella rückte sehr deutlich das Wohl der Gesamtheit vor das Wohl des Einzelnen. Weiterhin verweist der Name Sonnenstaat darauf, dass es sich um ein Idealgebilde handelt, in dem es kaum Verbrechen gibt und die Region nicht spezifisch christlich ausgerichtet ist. Die Sonne symbolisiert das Ebenbild Gottes. Die Gemeinschaft steht totalitär über dem Einzelnen. Jedes Privateigentum ist abgeschafft, da es die Quelle der Selbstsucht sei. Es gibt keine Familien, sondern nur Gemeinschaftsunterkünfte. Die Frauen gehören den Männern gemeinschaftlich. Die Kinder werden staatlich erzogen, ausschließlich gesunde Menschen dürfen Nachkommen zeugen. Und dies auch nur, wenn es der Arzt bestimmt und die Sterne günstig stehen. Ebenso spielt die Astrologie eine überaus große Rolle in der Landwirtschaft. Trotzdem setzte Campanella die Willensfreiheit über die Astrologie. Im Sonnenstaat werden alle Arbeiten gleich wertgeschätzt und jeder arbeitet genau vier Stunden am Tag. Die Sonnenstaat unterteilte Campanella zentralistisch in sieben große Kreise, die er nach den Planeten benannte. Die Rundgänge der Stadt sind mit Lehrbildern bedeckt, sodass die Kinder den Lernstoff täglich vor ihren Augen sehen. Die Macht liegt in den Händen von vier Personen. Der oberste weltliche sowie geistige Regent fungiert als Priester. Er wird Saul genannt. Im Modell steht er unter der Sonne. Außerdem verfügt er über drei Mitregenten, welche Macht, Weisheit und Liebe vertreten.